so weiter geht es mit genshin und ach war das heute morgen nicht schön die aufnahme so auf teufel komme raus vor der arbeit schnell eine stunde durch die wüste rennen ja das wird jetzt auch noch so weiter gehen gut ich will mal eine sache vor und nachgucken ich will mal kurz gucken wie weit ich bin was pity angeht history so noch fünf puls und ich hätte wieder ein forster theoretisch 3 4 5 6 7 8 ok 8 8 mal 45 41 das heißt ich bin quasi vorm soft pity ich könnte jetzt halt random nochmals sein und c1 bekommen oder ich bekomme noch mal mit glück irgendwie in random und hätte nahida dann wieder 100 prozent aber ich glaube ich lasse das so im worst case sind es halt 40 puls also 3 bis 4 stars nahidas banner die mir nichts taugen von daher kann ich mit leben ja und hier ging es irgendwie los so das heißt ich habe heute gemacht 50 wishes hier drin drei cookies eine kandace und eine noel ist eine gute bilanz was habe ich hier drin gemacht morgen 20 1 1 war also hier habe ich 22 gemacht zwei sena puls online und zweimal fragments bekommen ok herr gut kann ich auch mit leben weil halt warte mal auch leidens war dann nächste 20 23 20 30 rein gesteckt keine ahnung aber ich habe weder energy noch den anderen bekommen ja mal gucken in 3.5 3.6 gibt es wahrscheinlich mal ein rerun von zaino und kann ich glück haben ja sein nur will ich in einem stück durch leveln von daher interesse jetzt den soldo hochzuleveln das wollte ich hier nachgucken also ich wollte ein c1 nachgucken genau installation after doing sacred rival swiftness sinus normal text speed will be increased by 20 percent for 10 seconds also eine prozent uptime eigentlich auf der dedication effect of his passive tenant passive adjustment triggered doing secret ride casmic soul fara duration of this increase will be refreshed ja gut also auch nachdem er durch ist mit seinem burst ja gut passt aber so prinzipiell ja sieht schon so ein bisschen meiner hat direkt geleckt ein bisschen blöd und zum zweiten sah es gerade irgendwie interessanter aus wo ich noch vom teleporter direkt stand das lenkt ja auch wenn ich in die richtung gucke so ein bisschen schon ich brauche nur ein rechner ich muss ich ich muss den sauren abbeißen muss eine 40 80 kaufen also ich muss nicht aber ich will gut das rätsel dann bietet sich jetzt gerade an wenn ich jetzt eh gerade hier am feld draußen habe oder ich weiß ich wollte eigentlich noch gar nichts machen aber das war jetzt heute morgen und jetzt bin ich eigentlich offiziell er ist richtig am anfang warum arbeiten die zusammen in die wind in die wind so ja ich kann ja auch noch in der text beter oh yes jeans c2 was das war der text bach oh mein gott wusch 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 ich hab doch nicht mal die toki gasse bisher fertig tonpager sound nights 4 ach so ok es sind zumindest nur einer einmal zehn und das ist teil part 4 oder direkt all time measure von sound nights 4 nein das ist echt mehr oh god oh fuck my life egal gut darum kommen wir später äh 1 plus 2 links nur kein bock ich könnte mich mal jetzt was bei nur einem angriff lohnt sich das irgendwie nicht so dass people ach komm wenn ich jetzt eh gerade hier bin hey spartouille der armad ist mir egal weswegen die miteinander reden okay bisschen overpowered bisschen äh hab ich die falsche reinfolge oder warum jetzt mein morgenabend bin ich eh ne ich hab einfach nur verkackt alle anzumachen okay gut ich meine ich könnte jetzt theoretisch könnte ich jetzt auch mal sagen ich park statt kasu war ja gut dann fährt mir halt wieder die anemo die ganz achso und hier auch noch ein buff drinnen cool wo kann ich dran denken jetzt gerade so wenn ich mal kurz auf die karte gucke ich würde als nächstes dann hier hin rennen von da aus kann ich noch eigentlich gleich die dinge ja das ist sogar gut weil von da aus gibt es dann auch welche dann gehe ich erstmal oben lang und gehe nach oben dann gehe ich ja gut dann gehe ich so rum durch die wüste okay äh warte mal ich muss da irgendwo hin hat irgendwie was mit dem ganzen sand hier so ein bisschen leben gibt es ja hier doch noch aber ich wohne die ganzen dinge irgendwie reinkommen die sind doch bestimmt irgendwie oh what the hell das sieht schon alles geil aus boah witzig wird das dann halt irgendwann hinter der wüste warte dahin ist mein stator ach du scheiße geht es hier tief runter ja moment wenn ich ja 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 wenn ich schon hier bin dann will ich auch das mitnehmen kann ich bitte danke nein nein nicht der teleporter so ja da da gehe ich jetzt aber nicht rein das wollte ich gar nicht so alter das sieht schon geil aus bei nacht warte mal hier bei dem genau bei dem sind jetzt auch welche die sind auf dem weg nach unten hier sogar irgendwie das ist überhaupt der teleporter muss der teleporter sein hier wo die ganzen wege sind fangen die weiter moment ich muss auch ganz kurz die ran holen dicht hier und dann den weg quasi runter das heißt ab hier irgendwie oh hi selbst in der fucking wüste ist krass mit dem ich mich selber abfackeln kann oh nein warum immer luftgegner warum luftgegner äh so moment wieso ist mein handy jetzt aus what the hell so es ist die erste kreuzung also hier oder das meine oma an der kante wahrscheinlich an der kante oder zack oder auch nicht sehe ich von hier oben ah da unter mir sehe ich was hallo so mach ich so und dann in so einer kleinen leichten kurve eigentlich weiter hallo gleich ne so ah da sehe ich ihn schon dafür dass die wege auf der karte sind sieht man die relativ wenig also relativ schlecht ja komm was ist hier gar nichts so der nächste ist dann irgendwie da in die richtung auch so ein bisschen abgeknickt so so back oasis aha so back wird ja erwähnt interessant kann ich dem ding hinterher passiert dann was rifting in the wind lol das ist ein achievement äh naja special event endless of started memories go to event nein nicht jetzt ok was ist hier schon wieder update summary ja 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 bla 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 so und dann will ich da hinten hin oh halleluja erkunden im guten stil oh mein gott ich liebe es ich liebe diese dinger oh das bringt mir mal nichts Zeit hinzugehen ok das sind kleine säule aber da werde ich eh wieder hinkommen und ich kann mich da hochziehen ohje oh na gut bei der bei der form erwarte ich aber auch dass ich mich irgendwie hinziehen kann es wäre übel wenn ich mich an solche dinger immer ganz komisch hochklettern müsste so city of the seven ja ja noble hearts so und von hier aus sollte ich die route laufen das ist kein teleporter oh das ist ein teleporter ne hä was ist denn das hier ist das ne dingens ah ok ja gut aber wenn ich ein pfeil von hier ausgezogen bekomme das heißt hier bei der statue muss auch irgendwo und der explorer dune dreams warte 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 achievements dune dreams won so was hansel and mirages won in klammern 1 das heißt das andere gebiet da oben kommt auch noch dazu irgendwann ok irgendwann später es ist es nur die halbe wüste äh wenn hier ein pfeil hin zeigt in eine andere richtung dann muss doch hier auch irgendwo Ich gehe jetzt einfach davon aus, logischerweise, dass es denn hier auch ein Skarabeus sein muss. Sonst würde man doch nicht die Route mir so einen Weg zeigen, oder? Nee. Nee. Zeig mir doch keinen Skarabeus, also keinen Pfeil auf der Karte mit einer Route, wenn es da nichts gibt. Wenn jetzt hier keiner ist, dann wäre er stupid. So bedrohlich aus. Ja, Leute, komm. Ich habe hier einen Speed-Buff drin. Irgendwie habe ich Schaden genommen, wegen euch. Hier noch. Mache ich auch noch. Wo kommt der Physical Damage gerade her? Mein Handy ist schon wieder aus. Oh, come on. Ja, komm, dann sammle ich die Kiste hier mit ein. Da ich jetzt sowieso heute in jedem Leben alle Skarabeen zusammenbekomme, weil ich müsste diesen ganzen Weg, den ich jetzt gerade renne, den müsste ich nochmal ohne Yanfei, ohne Buch, ohne irgendwas, auf einen Smurf-Account machen. Äh. Wieso ist denn der Wind-Current? Das bist denn du. Unnötig, auf jeden Fall. Aber warum? Warum wird mir denn da zum nächsten Punkt, äh, eine Linie gezogen, wenn es gar keinen Sinn ergibt? Das ist doch Bullshit. Ach, kein... Nee. Warum? Warum wird mir die Linie fürs Farmen hier einge... Oh. Ja, so ein bisschen, ja, aber trotzdem. Aha. Und jetzt Hans zu überbrücken, so ein bisschen. Verstehe, aber... Hä? Der weitere Sinn entfällt mir trotzdem... Wie, jetzt, was, jetzt, wo, jetzt? Äh. Okay. Von mir aus. Oh. Sag mir bitte, dass man irgendwie noch ein anderes Mittel bekommt, um durch die Wüste zu reisen. Warte mal, hier soll ich... Hä? Genau hier, unter mir. Was? Oh. Wie, jetzt, solche Dinger. Hä? Hä? Äh. Das sieht so aus, ob mir das nicht gefällt. Ich will auch nur das Ding da aktivieren. Ich will doch nur meine Skarabeen. Und für das Ding... Wie komme ich da ran? Ich bin voll gerade wie ein LC. Also Last Chaos. Die Pyra. Mal sehen wir auf King, der Shred. Ja. Der Shred. Der Shred. Keine Ahnung. Ja, toll. Wie komme ich da ran? Oh, hi. Solidifizieren. In die Wind. Motiv, um zu empfehlen. Oh, hi. Hm. Okay. Okay, ich habe eine Idee, wie ich da ran komme. Fällt mir aber nicht. Muss ich da unten irgendwie lang? Oh, hi. 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 Ich habe nebenbei noch knapp eine Stunde, eine halbe oder so komplett Ruhe und danach habe ich noch ein bisschen Ruhe. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Ja, schönes Bild, aber ich will wissen, wie ich da unten ran komme. So schon mal nicht. Ich dachte. Seid mir nicht, ich muss doch da das ganze Ding im Untergrund lang gehen. Ich muss doch das ganze Ding im Untergrund lang gehen. Verstehe ich aber den Weg umso weniger. Und das auch. Acceleration Knowledge. Conducting Primal Beams. The device known as Everlight Cells from King Dashrath's Runes can fire Primal Beams. Those who are Prusher while possessing special adherents can change the position and facing of the Everlight Cells. A button. Everlight Cells are receivers for Primal Beams. When the beams from the Everlight Cells linked with these Nerf Light Cells. Neverlight Cells. Something special might just happen. Sometimes these beams can be blocked by walls inside the ruins. We may have to operate some other devices to allow the light to pass through a wall. But... Sind das nicht die gleichen Dinger wie in... Doch. Das ist so ein bisschen wie die Dinger im Event. Im letzten. Also in 2.9. Was? Ne. Zweifeln nach war das. The mysterious replicator Keystones. Forch Primal Lights are mysterious energy aggregates found in King Dashrath's Runes. Get close to them to pick a item up and take them with you. Yeah. Was war noch? The mysterious replicator Keystones. The mysterious replicator Keystones are a special type of platform. If you get close to them while carrying Porch Primal Light, you can create Ruined Devices to aid you on your adventures. Devices make this way and do not require any special clearance. The replicator Keystones can be used to create the following Ruined Devices. Neverlight Cells, Neverlight Cells, Obscuring Cells, Variety Cells, Variety Cells, Primal Sconces and Primal Sandglasses. Ja, noch mehr auf einmal bitte. Use Forch Primal Light and Applicator Keystones to get farther into the ruins. Ah. Okay. Hier mache ich jetzt was? Kann ich einfach hier einsetzen? Nö. Ich? Nö. Okay, dann die Plattform. Das nächste Offensichtlichste. Ja? Ja? Zeit, um... Ding respawnt jetzt. Sehe ich das richtig? Oder was ist jetzt hier passiert? Ne, jetzt komme ich doch... Hä? Das verstehe ich nicht. Was wollt ihr von mir? Soll ich dich hier irgendwie aktivieren? Soll ich dich hier irgendwie aktivieren? Nö. Okay. Das ist ein Rätsel für irgendwann mal. Start Challenge? Achso, so eine. Ja, ich wollte eh Skraben sammeln, aber morgen bin ich eh nicht vor 21 Uhr zu Hause. Dann kann ich auch... Hä? Wo sind die anderen? Hä? Hä? Da hinten kann sowas. Sind die hier verteilt? Oh Gott, einmal außen rum sieht das richtig. Oh Gott. Oh Gott. Äh... Oh Mann. Aber ich mag diese Rätsel. Also, abgesehen vom Gacha, ist Genshin eigentlich ein wirkliches AAA-Game, was Exploration angeht. Kann ich nichts gegen sagen eigentlich mehr. Klar, Gacha ist jetzt nicht so geil, aber... Wenn man das Spiel als Spiel nimmt... Ja gut, auf der anderen Seite muss man sagen... Die Rätsel sind teilweise nett, die Story ist ganz nett. Die Sidequests sind nett. Sieht so ein bisschen an wie Majora's Mask die Sidequests halt, von der Qualität. Ähm... Was bist du? Ja klar, noch ne neue Sache. Äh... Nee, im Endeffekt... Klar, man macht die Rätsel für Primus und... sich dadurch dann halt Gacha Sachen wieder. Um das Spiel zu variieren. Im Endeffekt auch nur erweiterte In-Game-Währung. Was ist Clearance? Was ist Clearance? Hä? Einsicht, oder was? Müsst, glaube ich. Äh, nicht ganz Einsicht. Aber vom Prinzip her geht's in die Richtung. Ja, und wo bekomme ich das her? Das sagt mir wieder keiner. Na klasse. So, wie viele von euch stehen jetzt gleich auf, äh, wüsste aus? Äh, auf? Stabilize! In die Wind! Ja! Ja! Go as one! Ja! So... Äh... Was bist du? Agilena... Knabbt? Ich fühle es groß an Evergreen Trees befinden... Was? Das ist eine normale Frucht? Okay, ist das sowas, oder? Äh... Evergreen Trees vom Desert-Raisers. The flesh under the tough skin is sick, sweet and delicious, making an important food source amongst the desert peoples. Aha. Okay... Okay... Fällt mir nicht. Hm. So, gut... Ja. Geh ich mal rein. Wird nichts, glaube ich. Äh, da war was. Was war da? Hä? Auch nichts. Hm. Diese Sandunagi-Dinger. Sie raten, die komme ich aber eh erst mit der Hauptquest dann rein. Warte. Achso. Okay. War hier nicht... Ne, das ist von innen das Ding. Ich kann gerade sagen, weil eigentlich ist doch hier eine Decke drüber... Ne, ist es nicht. Okay. Äh... Äh... Mhm, 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 mhm. Das ist kein richtiges Feuer, was bist du? Cool. Ich komme durch die erste Tür schon nicht durch. Oh, hallo, Horus. Wobei, könnte auch rar sein, aber... Im Smite-Vergleich ist das eher... Es ist eher Horus als rar. Im Smite-Vergleich. Okay, toll. Das heißt, ich komme hier schon mal direkt instantisch weiter. Dafür habe ich keine komische Einsicht. Da oben bin ich zu blöd für. Und ich weiß nicht, wie ich da unten rankomme. Soll angeblich ohne jegliche Quest machbar sein. Und nach der komischen Karte sind hier noch relativ viele andere Sachen. Die aber erst mit irgendwelchen Quests, äh, verfügbar sind. Die Frage, sind das World-Quests? Was ist das? Äh... Dingens-Quests. Akron-Quests. Können nachgucken. Das hier gibt auch nämlich keinen Sinn. Will ich das Ding mitnehmen zu dem Buch? Oder hau das ab? Nach einer Weile. Wie lang halte ich das? Nein. Investigate. Passiert nichts. Nö. Nö. Okay. Damit bin ich jetzt offiziell zu blöd für die Rätsel hier. Wobei ich einfach nicht weiter besser weiß, wie es jetzt funktionieren soll. Also, hm. Blöd würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich hab hier so ein Ding gespawnt. Ja. Hier ist ein Kristall. Und hier sind rote Dinger. Kann ich den Sand wegwebeln? Dann kann ich nicht. Hm. Das erklärt jetzt auch, warum ich hier nicht reinkomme. Auch wenn die Decke offen ist. Ich soll hier nicht rein, wenn ich hier nicht rein soll. Okay. Du bist hier. Und du bist da. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Da ist die Kiste. Hä? Moment. So. Forge Primal Lights. I miss you is getting close to pick them up and take them with you. Ja. Special type of platform. If you get close to them while carrying Forge Primal Light, you can create Ruin Devices to aid you on your own. Ja. Ja. Keine Ahnung. Conducting Primal Beams. Okay. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja. Ich habe wieder keine Clarence, um damit überhaupt was zu machen. Sieht das richtig jetzt? Gut. Ich bin zu blöd. In-game. Für. Das. Die ganzen Sachen. Das heißt aber auch, ich komme da unten nur rein, wenn ich da bin. Ich bin zu blöd. Da komme ich nicht voran. Da komme ich nicht voran. Das heißt, ich komme an das Ding nicht ran. So. Das heißt, alles was ich jetzt an das Graven hier finden kann, die sind wahrscheinlich alle im Untergrund, oder? Da komme ich so nicht rein. Nein. Nicht ohne weiteres jetzt von heute auf morgen. Das ist noch so eine Riesenruine. Ach Gott. Hey, der Faktenläufer. Gut. Faktenläufer. Faktenläufer ist meine Disziplin Dark Souls 2 gewesen. Da kannst du wenig das Wasser haben. Ah! Nein! Du bist oben! Du bist oben! Ein scheiß Käfer hier ganz hinten drin immer. Der Teleporter ist halt unter der Erde. Oh Gott. Ah, darum auch der scheiß Pfeil von der Säule dahin. Das ist der dichteste Teleporter dafür. Iiiiiiigit. Und dann irgendwie hier. Ja, da sehe ich schon. Ja. Warte sind aber... Ja, gut. Der eine wird wahrscheinlich nur für die neue Oberfläche zählen. Die anderen paar Sterne werden wahrscheinlich im Untergrund sein. Und da kommen wir halt erst mit irgendeiner Quiz, Need Finish, bla bla bla. Ja. Und dann nochmal irgendwie hier. Zumindest erkennt man die Pfecher hier. Gut. Hier brauche ich ja nichts Waffen. Jetzt geben die Dinger aus Sinn. Ja gut. Aber warte, warte. Moment. Was? Das! Sieht nicht richtig gewendet aus irgendwie. Aber dann ist doch eigentlich hier als nächstes... Oh. Da sehe ich auch schon wieder irgendwas, das ich noch nicht sehen soll eigentlich auf der Karte. Okay. Hab nichts gesagt. Gerade sagen wir dann kann ich doch eigentlich von da aus dann hier her. So dichter. Aber ne, ist es nicht. Es ist nicht dichter. So. Und jetzt irgendwie ganz nach ganz oben. Jetzt komme ich auch jetzt halt irgendwo fest dran. Okay. Ja. Da brauche ich gar nicht versuchen auf, äh... Dingens zu machen. Auf dem Smurf Account. Da muss ich den ganzen Scheiß nochmal ablaufen. Ich meine ich muss nicht mehr auf die Karte runter gucken. Aber gut. Das mache ich dann sowieso, äh, wenn ich nebenbei Videos gucke. So eine verrückte Sache mache ich garantiert nicht in der Aufnahme. Oder baue ich doch schon Sino so ein bisschen nebenbei? Na komm, kann ich doch eigentlich machen. What? Achso, wegen dem... Ah. Hä? Oh. What? Okay. Jetzt was jetzt? Wo jetzt? Ja. Äh, ihr könnt mich mal... Nein! Die sind von innen. Ja. Jetzt war ich zu langsam? War zu langsam, oder? Wir sind von innen. Von außen. Ah, die Blumen! Ah. Okay. Hier sind null Blumen. Hier sind zwei Blumen. Da sind drei Blumen. Hier sind vier Blumen. Hier ist eine Blume. Moment. Hier waren zwei. Bei dir da hinten sind es drei. Und hier bitte außenrum weiter. Ja, kann ich. Und hier sind es nämlich vier. Ah. Achso, das... Ah, dadurch kommt dann die hoch. Okay. Angeblich sollen die relativ viele sein. Da sehe ich aber gerade nichts von. Oder sind das alles Marker für die... Das können auch... Ah, das können auch Marker für die... Dingens sein. Warte. Hier ist aber rot markiert. Ich folge den Wind. Wir wurden hier... Eine ganze Menge... Käfer versprochen. Da unten ist einer. Hier sind zwei. Okay. Okay. Und drei Käfer. Davon mache ich mir aber hier nur... Eine Axt hin. Wie viele sind da auf der Karte markiert? Definitiv mehr als drei. Offiziell. Wenn ich mir das genau angucke. Und die brauchen auch schon wieder Pyro. Okay. Nach oben. Und wo ist jetzt hier schon wieder... Über mir. Ah. Okay. Und wo ist jetzt hier schon wieder... Ach so. Wollte eigentlich zwar nur... Ein Dingens hier haben. Aber... Das Säulen Ding nehme ich auch gerne mit. Zumindest scheint die Wüste hier hinten relativ übersichtlich zu sein, nachdem er aus dem Gebirge raus ist. Das ist gut. Das ist auch das einzige gute. Aber hey, es gibt noch klassische... Sag mir nicht, ich habe das da oben jetzt nicht getroffen. Hä? Doch. Eins, zwei. Zwei. Ich habe die nicht gezündet? Okay. Vier. Hm. Hm. Oh, wir können definitiv das Office in Stenal Games schreiben. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Also... Wirst du gekillt? Ne gut, dann... Dann darfst du leben. Kleines Kärchen. Wird natürlich kein Hydro oder so für die Pflanzen, Dinger. Hm. Mal hier gucken. Hier ist relativ wenig. Insekten. Pichern. Da ist schon wieder so ein Ding. Hm. Garnow in des Pillars. Drei Scheifen zum Herporten für die Käfer. Definitiv. Rein. Nein, danke. Die Wände jetzt immer noch alle hier? Okay, die Wände sind weg. Okay. Gut, die Wände sind weg. Dieser Wirbel dahinten könnte interessant werden. Später. Irgendwie was. Aber hier sind keine Käferchen mehr. Hier ist nur so eine komische Platte gewesen irgendwo. Pick up. Sacred Seal Chisel Hammer. Don't play with ancient text on it. Ach so, warte mal. Kann man mitnehmen. Dauerhaft. Ist das Quest-Objekte? Ist das Quest-Objekte? Ja, ist ein Quest-Objekt. Okay. Okay. Don't play with ancient text on it. It seems to be a part of a certain building. There is a sense play host to many an unknown wish who made them and who carries them now. Symbol of a Chisel Hammer is one of the earliest words to emerge. Okay. Auf dem Bild, das ich hier habe, sind deutlich mehr von den Viechern angemalt, aber naja. Gut. Dann bleiben eigentlich jetzt nur wieder noch die Dinger. Oh, 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 oh. Halt. Hier ist noch einer. Hier doch noch mehr. Habe ich mich versehen? Sind die auch in den ganzen Büschen hier versteckt? Solidify! Nein, im Moment habe ich jetzt eingekillt. Scheiße. Okay, es sind schon vier. Zeit um zu gehen. Oh, das ist die Zahl variabel. Moment. Jetzt kann man die Blume angreifen. Und wieso kommt da raus ein Ei? Oh Gott. Erstmal abrecken jetzt. Hier war nur eins noch. Oder sind die irgendwie... Touch? Jetzt Touch. What the fuck? Hier könnte es jetzt ein bisschen unpraktisch sein. Weil die nimmt glaube ich keinen... Doch, die nimmt Phyroschan. Okay. Äh. Jetzt Touch. Touch. Okay. 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 So, sehe ich von hier oben noch irgendwo Käferchen rumlaufen Grabieren Nö Sind jetzt vier Stück Und vier Stück mit dem hin, was auf der Karte war Eventuell Vielleicht Minimal Oh, diese Tiefere Renderauflösung ist echt ein bisschen Am sacken Aber was soll ich machen Die Alternative wäre 1440p Aber alles an Qualität und Weitsicht auf Low stellen Das will ich auch nicht Dann lieber dieses bisschen gekrisselt hin und wieder Ich könnte mir jetzt auch locker einen Rechner holen Mit einer 3080 oder 3090 sogar Aber Will ich das Will ich eine 3090, wenn ich auch 4080 haben könnte in einem Monat Oder ein 2 Sollten sicherlich nicht so viel tun außerhalb DLS3 Und DLS3 ist halt Für mich Eigentlich nicht wirklich nötig Würde ich mal Dumpf behaupten Die 3090 ist dementsprechend auch aktuell ja Deutlich unterm ursprünglichen OVP Vor ein paar Jahren Könnte halt Ja, dann bin ich ja trotzdem bei 335 Rechner oder so Gut, aber dann bin ich hier fertig In der Ecke Weil wenn ich jetzt eh schon hier bin, dann kann ich auch den aktivieren, oder? Komm Wenn schon durch die Wüste rennen ohne Grund Dann richtig Was sind die dumm? Oh mein Gott Sag mir bitte, die sind hier fürs Reisen immer gedacht Warum ist da ein Fatui-Agent mitten in der Wüste? Ei Oh scheiße, du kriegst natürlich weniger Schaden von mir jetzt Naja Das ist noch genug Hm Das ist ein ganzes Camp Mal da will ich hin Zack Und diese sind taufen eigentlich immer wieder Hoffentlich Ich bin hier schon auf dem Meer Zack Es hat irgendwie was hier rumzurennen So, da will eine Seele hier hin Und Hier ist irgendwo angeblich Ah, der soll wahrscheinlich unter mir, oder? Irgendwo soll hier eine Hä? Wo denn? Über mir in der Luft? Wie soll ich denn da rankommen? Bitte was? Oh Gott, und dann Untergrundabschnitte auch noch hier Ihhh Ist ja nicht nur oben die Fläche, sondern unter Ähhh Ja gut, da unten Da unten geh ich von hier aus dann hin So Dann muss ich mich wieder da importen Oh, ich muss noch kurz eine Sprachnachricht abhören Vier Sekunden, Moment Ich blüte mich kurz zu lange Oh so, okay War nichts wichtiges Irgendwelche Erschiebungen schon wieder? Ich bin zu first, Mirage in the Desert Mirage, Mirage Keine Ahnung Zack Da vorne war ich gerade Wo muss ich eigentlich hin? Ich brauche mein Handy wieder Ich muss wissen, wo ich hin muss Äh Bild Ich muss zu dieser Sobek Oasis runter Und da muss ich irgendwie einen Hardcut machen Weil bevor ich einen Hardcut mache, kann ich besser doch den Wieso? Ja, doch Hab mir Weg Eigentlich Weil Laufen Ja, doch jetzt beim ersten Mal Und das spart mir das Weg Beim zweiten Mal dann nicht mehr Hier muss ich laufen Und dann muss ich hier erstmal hin gleich Von da aus dann Irgendwie hier so Keine Ahnung Gut, aber wenn ich jetzt eh schon hier vorne alles gemacht habe, dann kann ich das Das können wir auch noch machen Ja, ja, you are not welcome here Ihr könnt mich mal an Oh, Elektro Loots Seid ihr neu? Ich glaube, ihr seid neu Können neu sein Investigate Wann jetzt nur Mora bekommen, oder? Was eigentlich? Hm Ach, das Nee, ich will da hoch Kann ich mit dem Sandhaufen nach oben? Hier, jetzt Diesen Dentro-Dinger Na, klasse Ich meine Warum nicht? Warum nicht mal wieder Curvents nutzen? Kann man doch mal auch machen Gibt's irgendwo Ich bin dazu verleitet Gerade nachzugucken Ob's In irgendeiner Art und Weise Ein Fortbewegungsmittel für die Wüste gibt Weil Laufen mit Ausdauer Ist halt echt kacke Ein bisschen Ja, so ein Vogelszen Wäre halt geil Voll die geile Idee eigentlich So, und dann Irgendwie Knapp Runter hier Hier wahrscheinlich, oder? Äh Nö Da 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 ist einer Dann von hier aus dann Moment Da hin Da kann ich aber eigentlich dann Ja In dem Schwingen doch eigentlich Ganz gut was wegmachen Und Speed in der Luft Ja, wird bei der kleinen Säule da unten sein, oder? Es macht so oder so mehr Sinn Immer dann hinzufliegen Es ist eine Idee wahr Ist das Anders zu machen Sehe ich ihn irgendwo? Luft? Nö VARIETY CELLS English Reds runes Have a great number of objects That have Had their original appearances Obscured by a mysterious power You must use the variety cell In such a case To help you When you use the variety Cell While having special clearance You can cause invisible objects To reappear Aha Okay Davon gibt's aber jetzt die mehrere Dinger So, wo? Ah, da unten ist da einer Ih, die rennen dann auch erst relativ spät Ih, ist ekelhaft Jetzt sind wir schon hier irgendwie Ih, die sieht man ja aus der Entfällung gar nicht Könntest du das Ding mal treffen? Hör auf jeden abzufackeln Geh noch mehr? Also, wir haben mich nicht angezündet Okay Reds appraised the value on this Gut Äh Wo ist jetzt mein Käferschnups Den ich eigentlich haben wollte? Das sind nur Steine, oder? Ja Nö Kann ich die Viecher umbringen, reinzufällig? Mhm Zeit, um zu gehen Man müsste meinen, dass man so einen kleinen braunen Punkt Auf orangenem Boden sehen müsste Höh? Offenbar aber nicht Ist das Ding da? Oh, ein toter Helichol Stabilize Cool Windstrider Ich muss nochmal aufs Handy gucken Was? Man muss auch so sagen Es ist auf der Karte Ist das hier Eine Blume und kein Stern Ähm Noch ein Stück in die Richtung Ist auf der Erhöhung eigentlich Das hier ist schon zu weit Das hier ist definitiv zu weit schon Ich bin jetzt ja noch verstanden Oh, du bist lebendig. Ich bin nur relativ hoher Pure Resistenz, aber was ist das jetzt? Ja, toter Helichol mitten auf dem Weg, den man auch gar nicht sieht, weil eigentlich gibt es gar keinen Weg, beziehungsweise der Weg und die Karte decken sich nicht. Da, da ist der Bastard, oh man, so, ich bin weg, so, ich muss mal kurz nebenbei gucken jetzt bei, ah, erkennt es, ja, für dich habe ich leider nichts zum vorgefarmt, weil dich konnte ich nicht vorfarmen, äh, wo ist ein Zaino, hab ich morgen nur geträumt, nach hinter ihr noch, gut, zack, ja, eventuell ich die kleinen Bücher nehmen sollen, ich hab jetzt wo ich relativ viel verschwendet, oder was, oder, keine Ahnung, Ascend, ja gut, ich hab erst 34, ich hab ein Fünftel, oh Gott, ich hab ein Viertel, jetzt muss hab ich noch einen Wisch dann, aber trotzdem, wenn sie ja nicht, sie kann ich doch auch Ascend, oder nicht, ja, komm, ich find's ja geil, dass sie mit Hydro Infusion gibt aufs Team, aber warum nicht für Bogencharaktere, sie wäre so nice, wenn man dann wirklich mal Childe auch im Fernkampf besser nutzen könnte, eigentlich, aber nein, Mewhojo hasst offenbar Childe, also Tartaglia, Tartaglia, Tartaglia Schnups, hm, hm, ein bisschen XP gespart, ah, jetzt, ok, jetzt sehen wir was, aber das Level 60, 60, 70 könnte ich kaum, eventuell, das letzte Level brauche ich schon 68, glaube ich, oder so, zack, ja, ich glaube, das kann ich nicht besser anpassen, Ascend, und, ah, 60, dann habe ich Schluss, Level up, ich muss ja auch irgendeinen Online-Pin, der schon die Teleporter frei hat, oh man, ok, 60 sind es, 105, 135 fehlen dann noch, 134, ich, ah, ich krieg vielleicht noch, wenn ich mir das hier auf der Karte angucke, gerade, ich krieg noch 3, 4, 5, krieg ich noch zusammen, 5, ja, hm, naja, Artefax-Set kann ich aber theoretisch trotzdem einfach mal, muss die auch wieder, boah, jetzt kann ich ja mal gucken, was ich hier am besten gebe, prinzipiell Gilded Dreams, hab ich doch irgendwas Gutes zusammenbekommen, äh, das hat Kack-Substats, je nachdem, ob ich hier Element Mastery gebe, wäre das, ja, auch nicht so gut, das ist wiederum gut, das ist okay, bis auf die zwei mal AP, aber prinzipiell ist das gut, äh, Gird Raid, das sagt halt, Gird Gilded Dreams, halt weg, hm, äh, da, 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 da Das ist glaube ich eine gute Alternative, ansonsten habe ich hier irgendwas mit Element, mit Attack? Ne. Ja, wenn ich Attack nehme, dann kann ich ihm halt das von Jan Fair, glaube ich, geben. Das Teil mit den 17 Crit oder so. Und dann halt die anderen Teile halt für Damage und Co. Ah, Intro Damage, Elemental Mastery. Zwar auch nicht, ja gut, zweimal Defense, glaube ich. Hm. Äh, was ist denn mit den ganz alten Sets, mit den Gladiator Finale? Kriegt hier irgendwer irgendwas, was ich tragen kann? Ich glaube, auf Child habe ich angefangen, was zusammen zu basteln. Ja, Retraid 6,6. Dann war das aber besser mit dem ganzen Damage. Hm. Letztendlich müsste ich dir sowieso ein Wegwerf-Set geben. Berserker. Gibt jetzt einfach pure Berserker-Sachen. So. Gut. Äh. Was geht jetzt für Nelly? Ja, keine Ahnung. Braucht halt ein Crit-Rate-Piece eigentlich. Da ist halt gut Attack und Crit-Damage drauf. Einmal HP Prozent, glaube ich. Und einmal HP. Ja, gehört aber halt Fischl eigentlich. Crit-Damage. Ja. Wäre geil, wenn ich ein Crit-Rate-Spear nutze. Kann ich sogar machen. Prinzipiell. Okay. So. Dann. Hier mit Elektro-Damage. Den trägt Fischl. Mit Damage en masse. Great. Ja. Kicking. Elemental Mastery. Ich glaube, ich habe nicht eins mit Attack sogar relativ gut. Gut. Ja. Das ist okay. Ja. Federn mit einem Crit-Rate-Spear. Mit Damage. Energy Recharge. Attack. Prinzipiell auch gut. Ja. Und halt das. Also alles, was ich auf Childe gepackt habe, theoretisch passt. So. Glied jetzt für Nelly. Und jetzt könnte ich halt anpassen, nachdem wo bessere Stats drauf sind. Äh. Was wären jetzt meine Stats aktuell? Crit-Rate. Ich würde nochmal 15% Crit-Rate drauf bekommen, wenn ich Deathmatch nehme. Plus deutlich mehr Attack. Ich habe nur 34%. Ihhh. Ihhh. Okay. Aber 198%. Ja gut. Wenn ich dann dazu Deathmatch nehme, dann sind dann nochmal... Was hat die Waffe jetzt aktuell? Ach, die Waffe ist ja noch gar nicht geupdatet. Achso. Warte mal. Die hat 24% eigentlich. Das heißt, 15 nochmal drauf. Das heißt, eigentlich kann ich 28% drauf rechnen. Das heißt, ich habe irgendwas mit 64% mit Deathmatch. Ja, Zhongli. Mal kurz gucken. Wie viel Crit-Rate würde ich haben mit dem Set. 62% Crit-Rate. Crit-Damage ist auch gut. Prinzipiell. Okay. Ja. Ja. Mal kurz mit Zhongli. Theoretisch. Theoretisch. Ja. Black Tassel wieder. Ja. Aber da muss ich ihm ein Crit-Rate Piece irgendwie geben. Und das habe ich glaube ich nicht. Okay. Aber prinzipiell hätte ich ein Set für Sign und dann fertig. Passt auch einigermaßen. Tag ist auch okay. halt kein EM. Das heißt, dass ich durch die Pässe von Dingens wieder EM bekomme. Habe ich hier das, da habe ich das, da habe ich das. Dann könnte ich hier sogar eigentlich nach EM suchen. Damit ich halt Aggravate-Pony bekomme. So. Das ist immer das höchste EM-Teil, was ich habe. Das ist das hier sogar interessanterweise. Okay. M und halt was hat jetzt mein aktuelles Teil? Wie viel Crit-Rate hat das Ding? Gar keine Crit-Rate, aber Crit-Damage. Okay. Dann suchen wir mal nach Elemental Mastery mit Crit-Damage. Ich habe hier einen Crit-Rate Spear. Ach, da wäre sogar das Ding hier. Ja gut, aber da würde sich eher das lohnen, was Kierkings sowieso schon trägt, glaube ich. Da ist halt der Tag dann drauf. Und die Energy Recharge. Anmars. Ansonsten halt das Ding theoretisch wäre... Das wäre mega. Dann müsste ich halt nur irgendwie Ersatz finden für... Ja, eigentlich vorbei. Warum nicht? Warum nehme ich nicht einfach das Ding? Also das wäre jetzt übrigens auch nur das Set mit Radiators. Wäre jetzt kein Sun and Fury Set, was ich eigentlich gefarmt habe. Ich meine, du brauchst eigentlich ja... Du brauchst keine Crit-Rate, brauchst kein Crit-Damage, brauchst Energy Recharge eigentlich auf deinem Elemental Mastery Piece. So, dann take ich deins. Und dann habe ich theoretisch wieder hier alles offen. Das hier kann ich gucken, dass ich... Ja, Electro-Damage halt eigentlich gehe, aber... Prinzipiell... Ja. Das sind alles Sachen, die könnte ich eigentlich später machen, aber das will ich jetzt mal durchtesten. So ein bisschen. Würde mich auch schon interessieren. Ja, Electro-Damage und dann dazu... Crit-Damage. Crit-Damage, Crit-Damage, Crit-Damage. So. Ja gut, das ist dann das Ding, was halt sie trägt und auf ihr ist es eigentlich verschwendet in gewisser Weise. Ja, das Ding hat halt schon Defense und HP jeweils einmal bekommen, das lohnt sich nicht. Attack, Energy Recharge, das hat gerade kein Crit-Damage. Ich glaube, ich habe gar nichts damit, Crit-Damage, oder? Crit-Rate. Das eventuell sonst noch. Attack, Crit-Rate. Das wäre eine Option. Aber ansonsten kann ich es so lassen. So, dann muss ich kurz bei Venti-Stupsi gucken. Venti-Stupsi. Prinzipiell kann ich dir geben, was ich möchte. Hauptsache es hat ein bisschen ER, glaube ich. So. Das kann dir nämlich egal sein, weil du trägst sonst überall, wenn... Hier hast du aber noch ein Nemo-Damage und dann auch Attack, weil ich habe noch nichts für dich zusammenbekommen. Und auch gar nicht für dich gefahren, weiter. Von daher. Ja. So. Dann Elemental Mastery und... Energy Recharge. Warte. Okay. Ach so. Attack. Ich wollte gerade sagen. Wie viel Attack hat das Ding nochmal drauf gehabt? Also, Crit-Damage. Ja, der Crit-Damage ging mir jetzt ja flöten. Der war bei seinem alten Teil besser. Aber genau, das war ja EM. Okay, war ja nicht besser. Ich habe quasi Attack und Elemental Mastery für Crit-Damage eingebüßt jetzt mit dem Ding. Okay. Ja, gut. Egal. So, Energy Recharge 4,5. Crit-Damage, Attack. HP ist uninteressant. Crit-Rate ist uninteressant. Nicht deins. Ist uninteressant. 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 Was ich bei dir daran denke, wenn ich dich mal nutze. So oft nutze ich ihn nicht und... Kommt das jetzt... Braucht das nicht so sehr? IHP. Bei Attack und Energy Recharge, das ist halt gut, weil... Quit bringt mir mit seinem Wirbel-Ding in das Bild nichts. Wobei ich aktuell sogar noch Wirbel-Damage mache. Tatsächlich. Beim G auf ER. Ich weiß, du kannst das. Okay, irgendwie hat er es mit Attack auf Elemental Mastery teilen. So, das war's wohl. Na komm. 16 mach ich das Ding noch. Mal gucken, wie es aussieht danach. Okay, HP. Ja gut. Es sind 1,3% die er verloren hat. Und... Ein bisschen die M, was er jetzt weniger hat. Aber... Soll mich jetzt weiter nicht stören. Dann will ich wieder zurück zu Sino, der jetzt mittendrin irgendwo ist. Oh Gott. Der ist echt mittendrin jetzt irgendwo. Wieso ist Candice vor ihm? Oh Gott. Oh Gott. Wieso ist Candice vor ihm? Follow. Mach keinen Sinn. Okay, jetzt ist er weiter vorne. Ähm... Ja, jetzt kann ich theoretisch, kann ich jetzt mit dem Add Piece variieren. Kann ich hier theoretisch stark variieren, wenn ich möchte. Okay, das tolle Crit Rate Piece könnte ich theoretisch nehmen. Für Damage, Energy Recharge und Co. Wenn ich das halt so halte. Das halte. Die ist auch gut. Theoretisch... Kann ich auch die nehmen. Aber die tun sich... Ja, ich brauche Energy Recharge halt so ein bisschen. Also... Ne, passt schon. Hier ist es auch das Problem. Für Damage gegen... Energy Recharge. Ne, aber dann kann ich hier theoretisch ja jetzt jedes Helm-Ding nehmen, was ich möchte. Es wäre jetzt ein Non-Fury Set eigentlich in dem Moment. Muss man dazu sagen. So. Keine Ahnung. Ob schlecht oder gut ist, haben wir da hingestellt. Was sortiert der bitte jetzt die Crit-Dinger hier? Crit Rate und dann Crit Damage. Dann ist das relativ weit unten. Ja gut. Ne, dann ist das immer das Top-Ding eigentlich. Crit Damage, Attack. Äh, kein EM, aber scheiß drauf. Buffs ist aber eh noch mit EM. 100. Von daher. So. Was trägt er jetzt gerade? Er trägt jetzt die. Okay, das heißt noch 27% drauf gerechnet. Und Crit Rate. Warte, warte, warte. Halt. Halt. Wait a second. Ach so, halt. Ah. Ehh. Ne, ich habe ja ein Crit Damage Piece gerade gehabt. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ne. Das wäre jetzt... Jetzt könnte er Homa nutzen, theoretisch. Okay. Jetzt könnte er Homa nutzen. Crit Damage und dann Crit Rate. Was kommt dann? Dann ist trotzdem das Ding hier besser. Attack. Einmal Defense, zweimal Flat Attack, theoretisch. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Was hat das Ding? Na gut, das ist schlechter. Definitiv. Attack, Energy Recharge, Crit Rate. Einmal... Okay, Moment. Das hat mehr Crit Rate. Das hat mehr Attack. Das hat Lead Attack. Das hat Energy Recharge. Dann würde ich sogar fast das Ding nehmen. Kann es sein, dass das das Teil war, was meine Physiological immer benutzt hat? Könnte sein. Das wäre halt auch möglich... Das ist einfach kein Energy Recharge. Okay. Das hält eher schön. Ja, Kicking Iris hat halt die höchste Crit Rate, aber das bringt mir in dem Fall jetzt nichts. Äh... Rosaria soll Iris ruhig halten. Das bringt mir auch nichts. Vor allem die ganze Defense darauf. Ach du Scheiße. Also, Attack 10 versus Attack 16. Crit 7 versus Crit 8. Energy Recharge 9. Und dafür hat das Ding halt Flat Attack. Aber ich würde sagen, in dem Fall wäre dann die Flat Attack sogar fast besser. Da. So. Äh... Ich habe trotzdem noch 44%. Wenn ich da jetzt trotzdem nochmal 20 drauf rechne, 71 Crit Rate. Boah. Es ist nicht wenig. So. Wenn ich jetzt einfach die Magie gebe spontan. Ja gut, dann kann ich eigentlich im Moment... Nehmen wir jetzt einfach mal... Übrigens weiß ich immer die Black Tessel, damit Zhongli halbwegs was Sinnvolles noch hält. Ja, Zhongli hat dadurch auch keinen Nachteil, wenn er jetzt die Black Tessel trägt eigentlich. Weil... Klar, er crittert dann nicht mehr. Aber... Sein Schild ist dann broken as fuck. Äh... So. Es wäre jetzt auch nur... Okay. Ich muss mir irgendjemanden suchen, wo ich das dazwischen lagern könnte. Ah ja, glaube ich. Ja. Passt. So. Ja, Attack. Base Attack fehlt natürlich jetzt noch. Und die Passive. Elemental Mastery sind 300, die er dann ungefähr in seinem Burst hat. Vielleicht noch durch Dentro Traveler. 60 dazu. Boah. Energy Recharge 140% ist auch nicht verkehrt. Und 71 Crit Rate halt theoretisch. Es ist nicht schlecht. Deswegen nicht schlecht. Wobei ich halt wirklich... Ich müsste vielleicht mal die White Tessel hochziehen und gucken, was am Ende wirklich mir Schaden macht. White Tessel hat halt den Modifier. Aber mit dem Gladiator Set ist der Modifier halt Bullshit. Deswegen. So, hat Kicking jetzt noch ein vernünftiges Set eigentlich? Ne, Kicking müsste mich jetzt ein Teil hier... Genau. Ne, das Elektro piecen mich jetzt nicht. Ist... Und das streitet sich ja quasi mit Gingens dann. Okay. Gut. Ne, weil friere ich extrem gerade. Also, boah. Mir ist kalt wie sonst was. Gut. Wie lange habe ich jetzt hier im Elemental gesessen? Keine Ahnung. Will ich ihn trotzdem mal auspacken? Ja, das... Also, das große Rennen durch die Wüste mache ich jetzt noch mit Yanfei fertig. Und danach nehme ich dann den ganzen Team. Fast schon. Wenn ich jetzt eh hier schon hier oben war, dann kann ich auch da oben eigentlich den Teleporter auch noch holen. Komm. Dann ist heute einfach nur wirklich mein Rumrenntag. Wie jetzt? Was jetzt? Das ist normales Unagi-Beat? Wir wollen mich verarschen. Ihr gebt mir wirklich in der Wüste die gleichen Unagis wie auf Watatsumi. Das wirkt nicht richtig. Das wirkt alles, aber nicht richtig. Hier, jetzt. Ich komme nicht höher. Oh, lecker. Leute. Den einen hätte ich mir da auch noch hinsetzen können, dass ich mich hochbauen kann. Das Essen habe ich auch schon wieder vergessen. So. Meshake. So. Mal da hinten wohl von oben gucken, was Nette der Wüste sein soll. Irgendwann mal. Hm. So. Handy. Was sagst du? Ich muss auf jeden Fall da unten zum Teleporter hin. Und genau da sind auch die nächsten Marker dann. Also die nächsten. Ich auch. Halt. Halt. Für was habe ich Tango-Flügel? Warte. Markieren. Und da ist sogar der Boss. Der Neue. Beziehungsweise einer der beiden Neuen. Der. Ich würde es Neuer Neuer nennen, weil er nämlich schon so ein bisschen separat ist. Ja, ich kann noch weiter fliegen, aber ich habe gerade das Ding hier im Baum gesehen. Zack. Ihr könnt mich mal. Werden uns in 3-4 Wochen irgendwann mal sehen, wenn ich hier langkomme. Am Wochenende wird die Archon Quest gespielt. Und dann kann ich... Eigentlich habe ich eh unter der Woche immer nur jeden Tag 1-2 Stunden Zeit. Wie soll ich denn das machen, jemals noch was anderes zu spielen außer Genshin? Oh man. Jetzt wird es mit Aufnahme. Und... Eigentlich darf ich mir keinen neuen Rechner kaufen. Wenn ich den habe, dann kann ich Ellenring und Co. und alles spielen. Muss erstmal wieder 2-3 Jahre arbeitslos sein dann. Nach der Ausbildung. Um alles nachzuholen. Das ist ein Flimmer-Effekt. Okay. So, irgendwo hier vorne... Soll der Käfer meines Vertrauens sein. Da. Einer. Ich glaube ich werde mich echt nachher durch Multiplayer durchwühlen und gucken, dass ich... Verleute mir die Scarabs zusammenschnurre. Will ich echt zu weit sinken? Aber ja, will ich das. Äh... So, und dann irgendwie einen straighten Fall bis... Da hin. The Dune of Magma. Mhm. Oh, äh... Ja, warte mal halt. Was ist mit dir denn? Ein Geekian? Ne. Wieso ist denn dir Weizen in der Wüste? Oh nein, das ist hier so eine Stadt, oder? Ja, das ist hier so eine Stadt. Okay. Hi. Oh, hier geht's runter. Da. Hm. Wo denkst du, du gehst? Ja. Oh, Leute. Achso, jetzt... Ah, jetzt hast du die Deck Tessel. Hm. Hm. Zack. Moment. Wie wär das denn jetzt bei ihm? Wow. Wow. Äh... Du kriegst jetzt grad nur die Black Tessel, oder? Ja. Deine Crit Rate ist im Arsch wahrscheinlich. Weil du jetzt nämlich nicht mehr die 36% von... Ja. Dafür hast du natürlich jetzt noch mehr AP als ohnehin schon. Und das ohne... Oh mein Gott. Ich könnte... Wie viel würde ich bekommen, wenn ich jetzt nochmal 25% extra hätte? Jetzt nochmal Hydro dazu. Das wär interessant. Bei 30% ist immer noch okay. Eigentlich... Er hat immer noch 30% mit der Black Tessel. Klar. Das ist jetzt nicht mehr jeder Zweite. Jetzt ist es nur jeder Dritte. Aber wie oft nutze ich den Burst wirklich? Den nutze ich eigentlich nur... zum Initiaten und zum Festfahren für die CC. Hm. Die Frage ist, hab ich... in dem Set... der Stift Millimileve... Hab ich hier... HP irgendwo drauf? Nein, hab ich nicht. Hab echt keine HP drauf. Wenn ich das Set noch ein bisschen farm und hier HP drauf bekomme... dann kann ich mir halt hier das andere geben, theoretisch. Theoretisch halt. Weil hier hab ich... noch ein paar andere HP-Dinger. Aber die haben, glaub ich, alle weniger Crit-Rate. Okay, der ist nicht gebildet. Ah, der Crit-Damage. Okay. Ja gut, dann würde ich ein paar Mal die Domäne machen. Und dann würde ich gucken, dass ich hier einen HP-Cache bekomme. Und wenn ich einen HP-Cache hab, dann... äh... kann ich gucken, dass ich... hier wieder einen Crit-Rate nehme. Und dann hier... Warte mal, das Problem ist ja trotzdem. Ich hab ja... Beide hab ich ja mit HP. Ich hab ja über die Waffe das geregelt. Nee, nee... doch, passt. Ich würde halt... Wie viel gibt's? Ich würde halt 9% HP verlieren. Ja, gut. Müsste ich halt über Flat-HP noch ein bisschen was ausgleichen wieder. Aber prinzipiell wär's möglich. Dass ich dann hier... ...HP draufhole auf dem Set, dann kann ich hier einen Crit-Rate-Piece wieder nehmen. Wobei... Das verliere ich ja nicht mal. Moment. Ich tausche einfach nur das aus. So. Krieg ich 30% daher. Und 36% dann davon. So. Dann... hab ich ein HP... ein Crit-Rate-Piece hier. Theoretisch von irgendwo her. Mit HP drauf. Wenn ich da 10% drauf bekomme, dann gleicht das das aus, was die Waffe weniger... Ah ja, komm, das passt. Dann lass ich ihn erstmal mit der Black-Tessel wieder rumrennen. Dann muss ich halt nur für ihn einen anderen Helm bekommen. Oder aus dem Middle-Left-Set ein HP-Kirch bekommen. Asmanthus weint. Ja, ja. 30% ist jetzt auch nicht so schlecht. Und wenn ich nicht Crit-Rate, dann macht es trotzdem mehr Schaden, weil ich hab mehr HP. Wahrscheinlich nicht so viel, aber egal. Ähm... Gut. Kann das nur bleiben. Wie gesagt, theoretisch könnten Kicking und... ...dingens sich um die Sets prügelnd. Aber... Seien wir mal ehrlich. Das Gladiator-Set ist individueller, ohne Aggravate und... Dementsprechend in der Oberwelt ein bisschen... ...stronger. War ich hier nicht vorhin schonmal? Ne, ich war da oben. Was soll ich sagen. Kann mir grad irgendwie bekannt vor. Ich will ein... ...ding haben, mit dem ich durch die Wüste komme. Oh man. Hm. Ob man wohl auf dem Lilo-Mains Discord gucken sollte. Ob da Leute die Scarabs anbieten. Äh... So... Achso. Hier ist aber gar nichts, weil ich muss erst einmal außen rum wieder. Okay. Stabilize! Hör! Hör! Ahh! Ah! Joah! Heah! Piu, piu! Zack. Hm. Warte mal, aber dann bin ich ja eigentlich mit dem Durchrennen fertig. Dann kann ich theoretisch Elemental Soup, Cryophon, Pyro Exploration, Zentro Exploration, der Name passt nicht. Ich meine ich kann deployen und ich kann hier mal aus Juchtensalerei Sino reinpacken, wenn ich mal irgendwann sehe. Aber prinzipiell ist das Team nicht Pyro Exploration. wäre... äh... Exploration... XP... Explore... XP... EXP... Keine Ahnung... Gut... So, ich habe einen kleinen, ja, Ruhmund, jetzt werde ich mal gucken. 1000 Attack mit nur, mit dem maximal Damage braucht, okay. Ja gut, dazu kommen halt die ganzen Boni-Effekte. In the end, man darf nicht vergessen, ich habe nur Level... ...all wird auf den Skalzen gelegt. Ja, ja. Okay, ich will an euch mal testen. Leute, komm mal her. Oh Gott, wie klar. Habe ich auch wirklich? Ja, habe ich. Ah, scheiße. Ist das gerade richtig? Ne, doch, ich habe Foppies noch. Habe ich gerade versehen. Ne, gut, äh, naja, normalen Attacks. Okay. Surrender! Stabilize! So, dazu dann die. Oh, was ist das? Kehrkings Infusion macht halt, äh, die Accravates relativ gut. Ich verstehe, was die Leute meinen. Das ist gerade so ein Summenkampfbeispiel. Das wird noch Spaß, das nicht mal richtig zu testen. So, dahinter irgendwie. Irgendwie in der Ecke. Irgendwo hier. Das wäre auch das Übergangsset, bis ich denn, äh, quasi komplett, dass der Fury-Set hätte. Müsste auch mal gucken, glaube ich, was es in der Dingens gibt. Wie das aussieht mit, äh, Dingens-Bummsens. Und eigentlich spielt man ihn ja auch mit Doppel-Elektro. Gibt ja auch noch dazu, eigentlich. Damit er halt die fünf Partikel bekommt. Ne, eher. So, gut. Mein Börst ist ab. Äh. Guck. Guck. Äh. Irgendwo hier sollten angeblich meine Käfer sein. Ich sehe keine Käfer. Wo ist man ein Käfer? Käferchen. Das sind nur die Dinger. Ah, das hier hat ein Obendrauf. Wo ich es nicht sehen kann von hier aus. Ja, natürlich Obendrauf. So. Es wird auch wieder Spaß, sich alle wieder wegzumachen. Was ich es nicht mehr brauche. Oh, jetzt muss ich noch ein ganzes Stück wieder laufen. Ist eigentlich der Teleporter auf der Karte noch klar? Oder wie ist das? Ne, ist auch ein Fleck-Teleporter. Okay. Oh mein Gott. Yes. Man sieht nichts, aber den Wirbelstumpf da hinten. Okay. Cool. So. Da sehe ich schon einen. Das ist ganz im Ernst. Man hätte die jetzt auch selber alle suchen können, aber... Nee. Nee. Muss nicht sein. Und dann irgendwie dahin noch. Das wären übrigens jetzt alle, die ich finden kann. Nur... Mit... der Oberwelt. Es gibt noch irgendwie 30 mehr oder so. Aber dafür muss man halt irgendwelche Quests gemacht haben. Ich gucke gleich in der Pause nach der Aufnahme hier nach, welche das wären. Äh... Äh... Hallo? Moment. Da in die Richtung. Ah. Da ist er. So. Gut. Ja, das wären die Alternative. Die Alternative wäre jetzt quasi Weapons. Black Tassel. Äh... Ich spüre, dass das jetzt klingt. Das. Und dann statt... Dem Teil. Ähm... Crit Raid. So. Wäre dann das Ding. Theoretisch. Steht die Alternative. Mehr Crit Damage. Weniger Crit Rate natürlich. Also 5% mindestens. Plus das, was auf dem Artefakt halt, äh... fehlt. Ähm... Da sind, keine Ahnung, 12% oder so. Der Crit Damage. Energy Recharge ist nochmal um 10% höher. Attack ist gleich. Ohne... Ne. Achso, ich hab die Waffe noch gar nicht gewechselt. Doch, hab ich. Hä? Sag gerade aus, die Death Match. Was ich gefragt hab. Äh... Defense ist weniger. Max HP natürlich höher. Und Attack ist... Noch... Ungefähr genauso gleich wie vorher. Nur halt... Dass ich noch im Level tiefer bin. Aber prinzipiell... Das ist die Alternative. Prinzipiell. Ja, die Alternative. Muss ich mal echt gucken, was stärker ist. Keine Ahnung. Das sind jetzt Energy Recharge versus... Damage. Wieder so ein bisschen. Aber wie gesagt, das Ganze ist sowieso noch probiert bisher hier. Oder aufgestellt ohne Sundering Fury. Und das heißt... Nicht so geil. Eigentlich. Die ganzen Dinger würde ich jetzt die ganzen nächsten Tage... Ja, eigentlich bis zum Wochenende wäre ja Level 90. Mal gucken. Vielleicht lässt sich ja irgendwo doch was finden. So, wir haben es 20.15 Uhr. Ich werde mir jetzt gleich was zum Abendessen machen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was aufnehme. Weil die wollten später auch noch... Äh... Locken eventuell. Kriege ich TTT hoffentlich. Wenn überhaupt. Denke ich mir mal. Ich... Hab jetzt das gemacht, was ich unbedingt machen wollte. Ich hab mir die Spots angeguckt. Und ich bin einmal quer durch die Wüste gerannt. Bis auf hier hinten. Aber das kann man ignorieren. Das ist alles... Hier gibt's keine Scarabs. Also ist das momentan egal. Äh... Mein Reson muss ich mal gucken, wo ich das rein investiere. Vielleicht ein paar Boss Materials für Candice so ein bisschen. Für die, äh... Wishes. Achso, apropos Wishes. Ne, auf Level 70 gibt's den. Zweiten. Meine ich. Ja, müsste eigentlich so sein. Mhm. Ähm... Bapp, bapp, bapp. Ich hab sogar schon wieder drei. Okay. Cool. Das kommt aber raus. So, jetzt gibt mir ein random Five Star mit, äh... Primordial Ray... Jade Wingspear. Und I'm good to go. Äh, ne Fischluckern. Ist ja nicht so, dass die ersten Banner war. Äh. Vielleicht bin ich jetzt hier, History. Hm. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 9, sind 45, 47. Bin also... Überm Soft Pretty ungefähr. Okay, gut. Ja, das brauch ich gar nicht versuchen. Natürlich, die 46% Crit Rate, die wären awesome. Die würden jeglichen Need an Crit Rate auf Substance, äh... Reduzieren auf Null. Wobei, ne, würde es nicht, aber es wäre zumindest... Crit Rate müsste halt nur gerollt werden und dann wäre ich durch damit. Hm. Ja. Hier könnte ich auch noch, aber ich... ...würde warten... ...und zu gucken, was auf den nächsten Bannern drauf ist. Wobei, ja gut. So gesehen hätte eigentlich sein Banner der zweite sein müssen. Da hätte ich nämlich eventuell ein bisschen mehr Glück gehabt, was, äh... ...das... ...abschätzen mit Nahitas Banner angeht. Aber naja. Gut. Hilft nichts. Glück kann die Resultate von einem einzigen Spiel. Aber es wäre sicher, dass es schneller oder später rauskommt. Ja. Ja. Jetzt verstehen wir, wenn das war das Ding. Ja, muss ich mal... Das muss ich selber gleich herumprobieren, so ein bisschen. Mit Roma. Aber erst mal ist es so Abendessen angesagt. Ich guck... Vonweil, ich kann ja mal kurz nachgucken. Ich geh mal ins Viki und geh mal über die Archon Quests. Irgendwer wird das ja jetzt über den Nachttag fertig haben. Genshin. Daptas. 3. Archon. Fest. Fest. Was nur... Ja, Chapter 3. Blablabla. Also wenn ich schon wieder lese im Viki. Act 3, Act 4 und Act Fragezeichen. Plus Titel für den Act. Dann habe ich das Gefühl, dass in 3.2 mit Nahitas erscheinen auch erst die ganze Quest beendet wird. Glaube ich. Achso, ja, zu beendet. Hat keiner. Ja, so vielleicht. Okay, so gibt es das. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Man muss sagen, also wenn ich mir das jetzt so angucke im Verhältnis, sind Act 3 und Act 4 von der Archon Quest sehr, sehr kurz. Also Act 1 und Act 2, die hatten halt keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Unterquests und die haben jetzt echt nur 3? 3 Unterquests. Ich hoffe, die sind relativ lang. Keine Ahnung. Abkommen. Achso, wurde das schon gespoilert oder was? Chapter 3. Mhm. Chapter 4, Chapter 5. Chapter 3. Mhm. Epilog, ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Mit Chapter 3 gibt es dann doch noch einen Act 5 wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Oder Epilog, keine Ahnung, irgendwie sowas in 3.2 wahrscheinlich. Gut, und das wird dann wahrscheinlich auch der finale Boss, also der Weekly Boss werden. In dem Moment. Joa, ich muss vielleicht mal gucken, ob ich irgendwoher mir Sachen schnoren kann. Und, ah, mal schauen. Maxi könnte ich bestimmt, ich könnte meinen Smurf-Account durchschnoren. Da habe ich dann irgendwen gerade eine Liste online. Ach, Maxi. Hm. Irgendwo bespricht, aber die macht, glaube ich, die Quest, glaube ich, gerade. Der wäre ich nur im Weg, wenn ich nicht mit dir rumrennen würde. Gut, ist blöd. Auch wenn ich wahrscheinlich meine Teile dann fast zusammenbekommen würde, wenn ich jetzt bei ihr nochmal durch die ganze Wüste renne. Ich muss jetzt ja wirklich nur noch rennen und gucken. Rennen und gucken. Das war es ja dann eigentlich. Keine Ahnung. Ja, Lauffei, Last 9, 7 Days to go. Ah, ja gut. Ihm kündigt theoretisch, aber der hat ja auch nicht alles offen. Und Zez. Zez war online, nenne ich jetzt noch nicht unbedingt. Nervt mich deswegen. I'm gay. Ja, wow. Äh. Wieso werden wir denn Leute? Achso, Recent Co-Partner. Okay. Ja, ich will eigentlich nur allgemein gucken, wer hier in der Gegend online ist. Ja, Friendbook ist mir egal. Ich will einfach nur wissen, wer hier online ist in der Gegend. Na ja. Jo, Co-op Achievements, habe ich keine Ahnung von. Okay, to not be okay. Aha. Ja, halt die Klappe, äh, Blut. Moment. Aber... Den Damage-Test machen wir jetzt trotzdem, glaube ich, nochmal schnell zusammen. Moment. Äh... Problem ist halt, an ihm Damage-Test... Ja, an ihm immer Testen ist blöd, weil er hat eine Electro-Res-Resistanz, glaube ich. Na gut, man kann trotzdem Damage testen. So ist nicht. Das mache ich jetzt noch und dann habe ich heute relativ viel aufgenommen sogar. Wie lange habe ich jetzt heute an... Ja, ich habe jetzt schon wieder eine Stunde und eine halbe auf dem Stück aufgenommen. Nur um diese ganzen Käfer-Orte zu markieren und abzulaufen. Und das Geile an der Sache, das wird mir innerhalb von zwei, drei Tagen nichts mehr bringen und das ist vollkommen irrelevant danach. Wobei, ich werde die markiert lassen und ich werde die eventuell für neue Charaktere nochmal so ein bisschen sammeln. Aber gut. So. Ja, still not your match. Und dann würde ich wieder gerne sein. Ah, der Damage-Multi... Ah, okay. Gilded Dream. Ach, Gilded Dream sag ich schon. Äh... Sunwing Fury ist nett, weil Aggravate an sich geboostet wird. Aber es ist immer noch ein Multiplayer. Der beißt sich so, glaube ich, ein bisschen mit Death... Äh, mit Gladiator-Set. Better than Habited. Ja, ja. So. Solidify! Hi! Judgment is upon you. Your Penance is due. Äh, es war zu spät. Wie viel Damage war es? 40k? Hm. Ist der nicht kondensiert? Wird nicht gesehen. Ja, gut, er ist halt, er ist halt Level... Dingens. Er ist halt Level... 60-60. Das tut ihm gerade nicht gut. Es tut ihm gerade echt nicht gut gerade, dass er so wenig hat. Also so ein nächstes Level... Also so ein nächstes Level. Hm... Stabilize! Hi! Ja, ich hab den ersten paar gegessen. 5. 5.000. 5.000. Zwischenlagern auf... Auf welchen lagere ich das Zwischen? Ähm. Wen habe ich noch, den ich in so einem Zwischenlagern nutzen kann? Eher eigentlich. Ja. Bei denen kann ich ja mal einfach nur aus Jux und Dollerei gucken, was dabei rauskommt, wenn ich das mal Pusche. Das ist auch plus hier. Na komm. Ja, Attack Crit Rate, das ist nicht schlecht. Das wäre sogar gut, wenn ich das mit Crit Rate hochbekomme. Hm. Gucken. Natürlich HP. Wenn es bei plus 12 nochmal plus HP ist, dann lasse ich es sein. Nehme, die Tür ist auf. Oh, gerade. Naja, ist ja noch keiner gemeldet wegen dem Hund. Stimmt, den muss ich auch noch gleich entgegennehmen. Ringeln. Vibrieren. Okay, jetzt ist es auf Attack gegangen. Ja. Best Case geht ja jetzt noch zweimal auf Crit Rate, aber das wird nicht passieren. Ich lasse es erst mal sein. Ähm. Keine Ahnung. Gambler. Nicht Gambler. Äh. Äh. Erserker. So. Gut. Und. Dann. Weapons. Wenn ich das. Ja, ne. Wenn ich das Set. Hackt-Set jetzt zwischenlagern. Auf. Ihm. Also auf. Er. Ja. So. Und dann kann ich hier hier ja gut, dann nutze ich das Set. So, dann Sundering Fury. Zack. Das geht natürlich nicht. Und hier dann Crit. Äh. Elemental Dingens Damage. Und alle Sets. Ist blöd. Ist einfach abgelegt. Abgelegt. Okay. Ähm. Ja. Prinzipiell. Achso. Ja gut, dann muss ich mir kurz das gönnen. Dann gönne ich mir das. Dann hat er nämlich das zwischengladet. Und er hat jetzt das nämlich angelegt, was sonst Kick angelegt hat. Genau. Gut. Ja, das ist halt. Ne, ist auch wie kacke. Ist halt. Kein Crit Damage, kein Attack, kann gar nichts. Und hier ist halt nur Crit Damage ein bisschen höher. Dafür hat das Ding halt Crit Rate und Attack. Ist schon besser. in dem Sinne. Ich fahre es dann für Reset. Und dann würde ich jetzt nämlich so wieder switchen. Zack. Weil mir sonst die Crit Rate fehlt. Wenn ich jetzt mich 36% abrechne. Ja, das ist definitiv zu viel. Ich brauche ein Crit Rate Peace dann dafür. Natürlich Crit Damage habe ich jetzt noch 150%. Alternative wäre halt ein Crit Damage Piece hier ja, mit 18% Crit Rate halt. Und hier ist halt Attack. Ja gut. Hier jetzt Attack Piece theoretisch wäre ja auch eine Option. mit 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 Rate Wie viel habe ich da drauf jetzt? Moment. Da habe ich drauf weder Crit Rate noch Crit Damage. Ja, und das ist jetzt das Problem nämlich leider. Ich habe kein gutes Elemental Ding ins Sense. und ich ja, ich müsste halt hier müsste ich halt Sunning Fury Set haben. Hier ein besseres hier Sunning Fury Set oder hier ein Crit Rate. Dann wäre es gut. Oder wäre es besser. Dann könnte ich halt wieder Roma nehmen. Hier sind schon 9% drauf. Das sind schon 2 Roads quasi auf Crit Rate. Das ist gut. Eigentlich ist das hier Kacke. Und wenn ich das ändern könnte, dann könnte ich das andere auch wieder verändern. Wenn ich hier dieses eine geile Teil von Leggings Set nehmen. Aber gut. Ist ja jetzt weniger Schaden dafür gleichmäßiger. Theoretisch. Ist ja trotzdem nicht gut. Die Kombination. Aber das ist die Sunning Fury Variante wo... Ja gut, aber hier kann ich jetzt wieder Sunning Fury an sich amplifien. Ja komm, ich teste noch einmal und dann ist wie die Schluss. Jetzt will nämlich irgendwas von mir und den Hund muss ich auch nicht noch entgegen nehmen. Wunder mich, dass der noch nicht oben ist. Wunder mich wirklich. Wunder mich wirklich. Wunder mich wirklich. Wunder mich wirklich. Und wohl unten irgendwas im Fernseher an sein. Deswegen der Hund ist überlebt. Zurück! Oh Gott. Die Tür ist auf. Du musst sie nur aufstoßen. So eine Katze. So. Ja. Ja, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich wollte den Bild erneuern. Amy, die Tür ist auf. Du musst sie nur gegenlaufen. Diese Katze. Okay, solange man die Nentro-Aplication drauf hat, theoretisch fasst das. Dann geht das. Solange man die Nentro-Aura draufhält, ist es irgendwie viel besser. oder ich fühlt besser. Aber gut, das kann ich eher als erst dann testen, wenn es so weit ist, wenn ich, äh, keine Ahnung, das mal so teste, wenn der auf Level 90 ist. Gut, dann sage ich in der Stelle hier und bis dann. Und wahrscheinlich nehme ich morgen erst wieder weiter auf. Und dann kann ich auch morgen eigentlich mich darauf eher konzentrieren. Gute Töne und schlecht. Sie ist, die Katze, die Tür geht auf. Am Ende wird alles auf den Klappen muss ich mal gucken. Ich sage jetzt, schau, die Katze muss raus. Bis dann.